Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Typ, mit dem ich gestern im Ring war, man hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Wie ist sein Zustand? Er ist tot. Was ist mit seiner Familie? Hat er eine Frau? Hat er Kinder? Sie schulden mir eine Menge Geld. Ich bin weit gefahren, um mit ihnen zu reden. Sprich noch ein einziges Mal mit ihr. Und ich werde dich kalt machen. Wenn Sie Erlösung suchen, ist Gewalt der falsche Weg. Du wirst kämpfen. Und Alma ist der Preis. Denken Sie, ich bin käuflich? Ihre Freiheit ist der Preis. Er ist ein Tier. Ein kaltblütiger Killer. Der Mörder, der deinen Mann getötet hat. Sie sind also den ganzen Weg gereist, um mich zu befreien? Ich bin gekommen, um mich selbst zu befreien. Ich will eine verdammte Schau. Bring mir deinen verdammten Champion. Gott hat mir diese Gabe gegeben. Und ich werde sie nicht verschwenden. Von . Ich werde sie nicht verschwenden. Untertitelung des ZDF, 2020